Und willkommen zurück bei der Bulli! So, ich geh erstmal beden. Ja, schlafen fetzt! Schlafen fetzt übel! Und die Mission ist noch da, das geht! Du! Das ist noch eine feste Mission! So, 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 so! Was geht bei dir, Puppe? Oh, wir waren hier in der City, ich hab die Blumen vergessen! Mann! Schnauze! Wer mir auslacht, Rick the Golden, du! Nein, doch nicht das Kind! Na, du wohl nicht! Alles, was wir tun müssen, ist, zurück zu der Leidenschaft! Dieses Kind! Was ist das? Was ist das? Oh, das war eine der, was wir tun müssen! Was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Daufe Arbeitslehre, das klappt doch sowieso nie. Schnauze, Schwänzen, gar nicht wahr. Geh da hin. Arbeitslehre klappt eh nie, weiß ich jetzt schon. Jim, geh an der Fahrzeugstation. Warte, ich kann nicht auf Fahrzeugen arbeiten? Fahrzeugen sind für Senior. Du musst gehen, bevor du gehen kannst, Boyo. Mache ich ja. Irgendwie. Klappt nie. Ich mache das mit dem Stick so, wie es hier steht. Ich habe jetzt noch nicht mal was gedrückt. Ich habe jetzt, beim letzten Versuch, habe ich den Pet noch nicht mal den Analog berührt. Also, das ist hier Buggy. Ich habe den Pet, beim letzten Versuch, nicht mal den Analog berührt. Das sehe ich nicht ein. Also, der Unterricht ist Buggy. Das ist Unteraller. Das ist Unteraller. Ich rinne im Kreis. Ich bin bekloppt. 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 Was? Habe ich nie gesagt. Was? Wenn er behauptet, dass ich das gesagt habe. Das habe ich nie überhaupt geweckt. Geh, pfui. Geh, pfui. Geh, pfui. Geh, pfui. Dann kommst du im Schrank. Dann hast du Schrankdienst, Junge. Dann hast du den Schrankdienst. Du hast den Schrankdienst. Du hast den Schrankdienst. Du hast mich ausgelacht. Du hast den Schrankdienst. Komm her. Aber auch nicht. Aller Unterricht ist ja leider auch. Fotografie. Nö, nö. Ich habe mich immer dabei, Puppe. So, fotografiere die Landstreicher oder Hunde in New Country. Oder übelst weit. Kleider, freu, freu. Ihr sollt mal ein Penner oder Köter fotografieren? Was ist denn das für Bullshit? Das Wort Penner habe ich jetzt in die Mund genommen, aber trotzdem. Das gehört sie nicht. Dün, 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 dün. La, 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 la. Hier war die Kürzabung, äh, Abkürzung. Dün, 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 dün. Äh, ne, 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 ne. Haut schneller, schneller, ne, ne. Oh Gott, bin ich bescheuert heute. Äh, ne, 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 ne. Gewalt! Das... Das war... Geplant, da hat er einfach so ein Haus hingestellt. Ja. Ja. Das war genau so. Äh, war ja nicht gerade so ein... Äh... Äh... Soll'n hier so was sein? Äh... Welch Juche der findet? Kann das... Kann es sein, dass die Schulaufgaben immer bescheuerter werden? Kann es sein, dass die Obdachlosen, die jetzt richtig heißt? Häng er hier irgendwo in der Gasse rum. Ich höre einen Hund. Da ist ein Hund. Alter, mach still, du. Ach, halt die... Alter, was willst du? Die haben mein Fahrrad geklaut. Die Wichser. Alter, blöder. Entschuldigung, komm her. Kriegst dir ja eine Komplette. Diese blöden Köter, ey. Das war doch nicht. Ah, Mann. Schei. Ah, Mann. Das war's. ASSCH Judgement. Ah, Mann. Da ist meine Clubat. Oh! Oh! Der Böder ist... Der lege fernst ihn schon. Oh! Oh! Mann, Mann! Dwarf frequencies. Ich habe ihn ausgemacht. Oh, oh! Oh, oh, oh! Look who's decided to bestow us with a visit. Watch that Johnson! My doctor is so handsome and smart, I wonder why he's never taken a fly. Maybe that roommate of his with waterfalls is scaring off the ladies. My doctor has such gentle hands. tricks külter pistole verfolgte mit so die ganze zeit gibt beim fahrrad wieder wichser alter die tolle mach ich jetzt fertig Ich höre! Furchtbar! Ich bin fast dauernd mit so einem blöden Köder. Ja, das da noch. Eins noch. Die Zeit ist ja noch. Kann man noch eben mehrmals machen? Nee, kann man nicht. Das ist keine Landsträucherin. Sieht aber fast so aus, ey! Die machen mich alle aus! Das ist eine Scheiß-Fotografie-Unterricht, ey! Ja. 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 Jetzt noch bis zum Klassenzimmer. Ein Fahrrad wurde geklaut, also nehme ich mir das. Oh nein, hier ist ein Bus. Hier ist ja ein Bus! Alter, der ist fast down wegen so'n blöden Mann, ey! Fick dich doch mit der Kleider-Vorschrift, ey! Ich meine, lass mich damit in Ruhe. So viel Zeit muss sein. So, jetzt geht's hier noch besser. Und dann soll jeder sagen, Limo ist ungesund. Das macht den fett! Limo. Die Medizin für alles. Das war ja Stufe 3! Alter! Extra! Alter! So! Nach... Boah! Das ist... Das ist... Das hat ewig... Halt die Schnauze! Das ist ewig mit dem Scheiß-Fotografie-Unterricht! Das geht aber über nicht! Also, die Schnauze! Ich hab's warm! Ja, wie das aussieht! Selecht! Wo ist jetzt? Da ebenfalls nicht! Es ist... Okay. Da! Es ist... Eins, zwei, zwei! Zum Glück steht hier das Fahrrad immer wieder drin! Lalalalalalalalalala! Wieder fahren, wieder fahren, wieder fahren! Ba-ba-ba-ba! Gewalt gegen Mädchen! Ja, was? Ich dachte, wenn die ein Wege rumfucken wollen. Verriss dich! Was kann ich denn dafür nie laufen kann? Das ist Winter, jetzt ist es glatt. Da fällt man schon mal auf die Nase. Der einversüchtige Johnny. So you came? Yep. I bet you think I'm funny, don't you? A laughingstock? Not really. I mean, you dress a little weird, but... Yeah, and everyone is laughing at me. All of you at me! What are you talking about? Don't play dumb with me. Have you had her? Who are you talking about? I bet you have. Have you had her? What are you doing? Who? Lola! That slut! That slut! I love... No, man! She's cheating on me, man. I know she is. The little slut. It's killing me. Me, dying over a broad. Oh, man, I knew this was coming. What are you talking about? She's with that rich kid, Gord. I know she is. How do you know? Will you find out for me? I can't take the suspense. Look, meet me at the underpass in your new Coventry tonight. We'll get evidence. Bring a camera, and then we'll settle this. Once and for all. One attempt to make everything kaputt. One attempt to make everything kaputt. Where is the camera? Ja, ja. Der Kratz. Guck mal, jetzt hier eh noch Auf Heimlichkeit, oder was? Für mich? Oh, danke! Ja, verzeiht Ey, du Idiot, pass auf, wo du hinfährst Kann ja mal die Wasser hin Wieso kriegt der Kunde eigentlich so eine Puppe ab? Oh, danke! Oh, Mann! Oh, Mann! Die Uhr wieder vor Oh, verpiss doch mal! Kann ja wohl nie wahr sein, so ein Spiel-und-Nase-Kacke ist echt doof Wie lange soll das hier dauern? Na komm schon Hat sich das hier festgepackt, oder was? Boah, Mensch! Scheiß-Buggys hier, ey! Das ist so hässlich festgepackt, Alter, das ist ja furchtbar Weil ich das hier so hässlich festgepackt hat, ey! Weil ich überfahren wurde Weil die Idioten ja nicht aufpassen können, wo sie in Fahne Ach, Scheiße ist das! Halt die Fresse! Na gut! 20 Minuten sind rum Bis zur nächsten Folge Tschüss.